Komm online. Da machen wir griechisch-römisches Catchen. Das ist wieder Jugendherberge, habe ich das Gefühl, mit den Namen und so. Hier ist Sami und Marcel. Sami ohne Brille, falls ihr ihn nicht erkennt. Das ist Özgür. Fünf Leute, Normalsterbliche, müssen sich hier diese Ecke teilen. So, wir gehen jetzt rüber. Nur eine Person ist da drüben, alleine. Guckt euch mal dieses Reich an. Alter Schwede, Leute. Er ist eine Person. Er braucht aber nicht nur ein Waschbecken. Das ist simpel, ich mach das simpel. Guck mal, ich hab hier eine gespartene Persönlichkeit. Hier ist Patrick Esume, da ist Coach Esume. Warte auf, Patrick ist dafür bekannt. Wenn ich ihn anrufe, ist er oft in der Badewanne. Wär aber zu kurz für mich. Patrick hat sich so wohl gefühlt gestern Abend, dass er schon seine Tasche ... Alter, guck mal, wie der alles organisiert hat. Also, welcome to my crib. Das ist nice, ne? Björn! Ich sag so, ey, krass, hast du dir das geliebt? Nee, ist gekauft. Sag ich, shit, du hast jetzt gekauft? Nee, ihr. Oh shit! Das ist meins! Das ist meins! Das ist meins! Der Prolympics Champion. Das ist der Madden-Champion. 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 Ihr wisst ja, Leute, wir haben es ja angekündigt. Wir haben gesagt, wir machen zwei große Events innerhalb unseres Tagesablaufes. Das eine sind die Brolympics, wie Patrick richtig gesagt hat. Das sind verschiedene Challenges, die, wie der Name schon sagt, der Olympiade ähneln sollten. Wir haben natürlich auch wieder Kollege EA Sports mit am Start. Und Kollege EA Sports präsentiert euch unser offizielles Football-Romance-Hype-House-Madden-Tournament. Es gibt einmal die Conference-Kuss und die Conference-Auge. Und der Gewinner bekommt dann richtig so UFC-Style den Strap. Also, ich habe meinen ersten Super-Vowl als Experte, wo ich vor Ort war, kommentiert in Arizona. Vor acht Jahren. Nach diesem Super-Vowl fing es an mit Run NFL Sonntags. Wo endet es? Krass, oder? Im Football-Romance-Hype-House haben wir den nächsten Gast. Wir haben für euch Dr. Martin Satcha. Aufgepimpt, ey. Ein zweites haben wir. Marcel Dabe mit freshen Haaren. Guckt mal einfach. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Marcel Dabe. Und Mr. Vene hier. Und Blut und Fleisch. Und äh... Alter! Schwede, ey! So, Kassim. Ja? Was sind die Hauptzutaten eines American Breakfasts? Ja, wir machen Eggs, Pancakes, äh... Ich mache gleich noch Bagels. Dann mache ich da lecker Eier drauf mit Bacon. Ähm, ein kleines bisschen Marmelade, wenn wir Marmelade haben. Aber ich mache richtig American Style. Alles auf einem Bagel? Ja, ich mache richtig... Und dann Sherlock Cheese drauf. Ich mache richtig lecker jetzt erst mal. Ey, fühlst du es gerade nicht? Ja, doch. Warte, jetzt bin ich... Ah! Ich sag Digga ganz oft. Digga! Digga! Ja! Ey, Leute, wenn ihr wüsstet, wie gut das Kassim gemacht hat, man muss ja auch mal Respekt geben. Das hat er echt gut gemacht. Das schmeckt übertrieben gut. Zweiter Garne. Breakfast-Sandwiches. Boah, Alter, ich bin jetzt schon voll, ey. Ich bin fertig. Oh! Den kriegt keiner, den kriegt keiner. Ja, den kriege ich easy. Den kriege ich easy. Komm mal, ey. 10-3. 10-3. 11-3, what up? Hey, wir können wirklich nicht... Einmal Arbeitgebung! In der halben Stunde. Du bist gemutet! Du bist gemutet. Du musst erst mal... Ach so! Ey, ey, Moment mal! Wegen wir beiden ist mein Laptop nicht mehr im Dark Mode. Oh mein Gott, Digga! Hey, Content is King. Content is King. Hey, das ist mein Platz zum Bild machen. Wuhuuu! Der war gut, da kann ich nichts sagen. Wuhuuu! Alright, rematch, komm. Ne, ey! Boah, hab ich den geil geholt. Was haben wir 21 spielen? Mega, lass. Ist Arbeit und Urlaub zugleich, oder? Also, die Kunst ist ja immer... Boah, er ist unmöglich, ey. Oh. Schon danach hat alles blau gefällt. Alter! 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 Ich wusste nicht, wer Patrick war. American Football. Patrick ist bestimmt Amerikaner oder sowas. Patrick. Patrick. You assume me? You assume me? You assume that about me? You assume me? What? Morgen erwartet euch die erste Challenge der Prolympics. Tischtennis. Björn hat es sich gewünscht. Ihr wisst warum. Damit er einen auf Dicken machen kann fünf Tage lang. Tischtennis habe ich aber gewonnen. Und? Wir werden unseren Madden-Draft machen. Wir werden sehen, wer ist in der Division Kuss und wer ist in dieser Division Auge. Und das sind doch die richtigen Worte, denn wir küssen euer Auge. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wir waren über 10.000 Leute im Stream. Tag eins des Football-Bowlmanns-Halb-Hauses. Live auf Phoenix. Und es bleibt nur noch eine Sache zu sagen, Marc. Schön mit dir. Wir sehen uns morgen.